grüß heute reden wir über die erschaffung des stg 44 und seine gefechtsverwendung was gab es vor ihm was gab es danach die bezeichnung assault face rifle wörtlich übersetzt das gewehr der sturmphase wurde zum ersten mal verwendet vom amerikanischen konstruktor ist sinngemäß hat er also die bezeichnung sturmgewehr als erster formuliert heute ist die bezeichnung sturmgewehr als gattungsnahme für leichte militärische automatische gewehre für eine mittelpatrone zu sehen in mexiko wurde 1904 das erste selbstladegewehr entwickelt das in kleinserie gebaut und in den dienst gestellt wurde das mandragona gewehr es wurde für eine starke gewehrpatrone des kalibers 7 x 57 millimeter entwickelt gebaut wurde es in der schweiz durch sieg und von der mexikanischen und deutschen armee im ersten weltkrieg genutzt der einsatz war erschwert durch unzuverlässigkeit und schmutz empfindlichkeit der waffe sie hatte nur ein festes magazin und musste mit ladestreifen geladen werden das allererste vollautomatische gewehr für eine abgeschwächte patrone das in russland avtomat also automat genannt wurde war das avtomat föderova also föderovs automat das war das erste für eine abgeschwächte gewehrpatrone im jahre 1913 entwickelte vollautomatische gewehr doch das potenzial wurde damals von der leitung nicht erkannt der czar nikolai der zweite sagte dass solche waffen keine perspektiven haben für automatische waffen wäre zu wenig munition da warum musste die patrone abgeschwächt werden wegen der hohen kraft und daher starkem rückschlag der normalen gewehrpatrone wäre automatisches feuer sehr ungenau und schwierig daher wurde damals von föderov eine abgeschwächte patrone mit dem kaliber 6 x 57 millimeter entwickelt diese patrone hatte eine reduzierte mündungs energie von 3000 joul gegenüber 4000 joul bei der normalen gewehrpatrone 7,62 x 54 mm heutige sturmgewehre verwenden ebenfalls eine mittelpatrone eine patrone die gegenüber der gewehrpatronen schwächer ist als im jahre 1916 bei der schlacht an der somme die franzosen einen deutschen schützengraben eingenommen haben entdeckten die dort eine seltsame waffe den mauser selbstlader m 1916 dieser wurde nach paris geschickt und verursachte dort einen bombeneffekt die franzosen haben erkannt dass diese waffe die gefechtsart komplett verändern wird die informationen zu der waffe wurden an die verbündeten nach russland geschickt es war eine selbstlade karabiner also halbautomatik der kaliber 7,92 x 57 mm mit einem 20 schussmagazin da hat sich der czar an den automat förderow erinnert jedoch passte die teure eigens entwickelte patronen noch nicht es wurden im russischen imperium viel billige japanische munition des kalibers 6,5 x 50 mm arisaka gekauft daher wurde von förderow verlangt dass er sein automat um konstruiert für diese japanische munition die sogar noch etwas schwächer war mit 2600 joul das hat er gemacht und das gewehr wurde in geringer stückzahl von 3400 stück in serie produziert der kampfeinsatz dieser waffe war sehr erfolgreich dieser automat wurde sogar bis in die 1940er jahre verwendet und im winterkrieg gegen finland eingesetzt diese waffe war im prinzip die erste vollautomatische handfeuerwaffe die für eine schwächere gewehrpatrone also mittelpatrone entwickelt in serie gebaut und auch im gefecht eingesetzt wurde man könnte sogar sagen es war die erste war für die rechtmäßig als sturmgewehr bezeichnet werden könnte andererseits war die schwache japanische patrone in japan eine vollwertige gewehrpatrone da aber förderow anfangs selbst eine geschwächte patrone entwickelte war hier bereits die idee einer vollautomatischen waffe für eine geschwächte gewehrpatrone in dieser waffe enthalten die franzosen haben aber auch nicht geschlafen und im jahre 1917 das modell fusil automatik modell 1917 entwickelt für das kaliber 8 x 50 mm und in dienst gestellt jedoch hatte die waffe nur ein fünf schuss magazin enorme größe und eine kadenz von nur 250 schuss pro minute die hohe anfälligkeit gegen verschmutzung und sehr große länge brachten geringe eignung für den kampf im schützengraben und in gebäuden sie wurde beim bekämpfen der aufstände in den kolonien verwendet gebaut wurden um die 85.000 stück und 4000 stück von der überarbeiteten version die amerikaner übernahmen manche konstruktiven merkmalen des französischen gewehrs für das gewehr m1 garand dieses ausgezeichnete gewehr mit der mächtigen patrone 7,62 x 63 mm ist allen bekannt als das gewehr das laut ding macht es wird 1931 entwickelt und 1936 in dienst gestellt 5,5 millionen stück wurden bis 1957 gebaut doch noch etwas früher im jahr 1926 hatte in der odysseer der konstrukteur simonow das erste muster des vollautomatischen gewehres vorgestellt das gewehr war noch nicht zufriedenstellend und musste weiterentwickelt werden 1931 war es dann soweit das gewehr wurde erprobt und ging nach weiteren optimierung 1934 in die produktion offiziell in den dienst gestellt wurde es ab 1936 auch wieder für die gewehrpatrone 7,62 x 54 mm es hatte eine feuerrate von 800 schuss die minute gebaut werden bis zu 65.000 stück und danach abgelöst durch das halbautomatische gewehr swt 38 dann kam die zeit des sturmgewehrs das anfangs noch schwere maschinenpistole und dann maschinenkarabiner hieß ab 1934 baute sie die firma vollmer waffen mit der bezeichnung m35 für eine patrone 7,75 mm x 40 also eine verkürzte patrone vom waffenamt wurde das modell abgelehnt da zu der zeit eine entwicklung bei rws für eine optimale patrone in auftrag gegeben wurde die das kaliber 8,15 x 46 mm hervor brachte letztendlich setzte sich das von der firma polte entwickelte kaliber 7,92 x 33 mm durch dadurch war der rückstoß der fertigen waffe nicht mal halb so stark wie der des karabiners 98k 1938 erhielt die firma hänel mit dem leitenden konstrukteur hugo schmeißer den auftrag zu dieser patrone einen maschinenkarabiner zu entwickeln die firma walter durfte ab 1941 ebenfalls ein modell entwickeln nach dem angriff auf die sowjetunion am 22 juni 1941 hatte die wehrmacht viele sowjetische waffen erbeutet darunter waren auch die selbstladegewehre swt 38 am 3 juli 1941 bekam hugo schmeißer ein solches gewehr in die hände die verschlussmechanik des swt war derart einfach dass hugo schmeißer dieses prinzip auch für seinen maschinenkarabiner übernommen hatte der hitler war anfänglich absolut gegen die einführung des maschinenkarabiners doch im märz 1942 gab es eine besprechung wo die vertreter von händel fünf exemplare des maschinenkarabiners vorstellen durften bei der besprechung waren unter anderem der reichsminister für die bewaffnung und munition albert speer und der hitler persönlich anwesend der führer war in guter stimmung an diesem tag ergriff sich den mkb 42 von händel und hielt eine kurze positive rede in der es aber um etwas ganz anderes ging obwohl bekannt war dass hitler gegen die einführung des maschinenkarabiners war wertete man diese reaktion als positiv das vom führer angefasste exemplar hat die firma händel in dem firmen eigenen museum ausgestellt von wo es dann 1945 von sowjetischen touristen mitgenommen wurde so ist es zumindest in einem museum erhalten geblieben anstatt eingeschmolzen zu werden die nummer fünf also einer der ersten exemplare überhaupt des mkb liegt heute in einem museum in ekaterinburg zurück im jahr 1942 wartete die heeresführung noch auf das konkurrenzprodukt von walter beide waffen wurden zur erprobung an die ostfront geschickt wurde das modell von händel besser abschnitt als das von walter obwohl weniger präzise war der karabiner von händel zuverlässiger und bedienungsfreundlicher die gesamtlänge lag bei unter einem meter was in beim häuser kampf und in den schützengräben handlicher machte als ein gewehr auf distanz konnte man auf einzelfeuer umschalten und auf entfernung bis zu 400 meter ziele bekämpfen im nahkampf bot die option dauer vorher bis zu 600 schuss in der minute das magazin fasste 30 schuss das modell von schmeißer hatte anfangs ladehemmungen bei jedem dreißigsten schuss während das von walter bei jedem zehnten schuss schmeißer identifizierte den hauptgrund für die ladehemmungen als zu weit vorne angebrachte gasrückführungsleitung daher reichte der druck der pulvergase nicht immer für einen zuverlässigen nachladevorgang nach der überarbeitung wurde die waffe in mp43 umbenannt die gasrückführung wurde weiter hinten am lauf platziert außerdem wurde der verschluss geändert so dass das mp43 jetzt eine aufschießende waffe war und somit die präzision bei einzel schüssen besser wurde im april 1944 wurde die waffe in mp44 umbenannt um dann im oktober noch mal in stg 44 umbenannt zu werden es wurde ständig weiterentwickelt und verbessert das in jekaterinburg ausgestellte exemplar hatte noch ein bajonett was es hinterher nie wieder gegeben hatte das fertigungsverfahren wurde stark vereinfacht mit der version mp43 hatte man ein optisches visier mit einem offenen visier kombiniert was eine feuerstellung unterdrückung erlaubte auf hohe distanzen mittels einzelfeuer um den eigenen truppen das vorrücken zu erleichtern und dann in nahkampf mit dem offenen visier und in den feuerstößen zu arbeiten bei dem stg 44 wurde zum ersten mal auf der welt das nachtvisier vampire verwendet für den häuser kampf wurden aufsätze entwickelt mit einem krummen lauf die das schießen um die ecke erlaubten insgesamt wurden circa 438 tausend stück der waffe von mkb 42 h bis stg 44 hergestellt weiter hatte nur 200 stück seiner ausführung gebaut das auftreten des mkb 42 h an der ostfront diente der sowjetischen führung als anstoß die entwicklung der artiger waffen wieder aufnehmen zu lassen da die mit dem automat förderer begonnen entwicklung einen frühen form des sturmgewehrs nach dem russischen bürgerkrieg gestoppt worden war zudem diente die kurzpatrone 7,92 x 33 mm in anderen ländern als anstoß ebenfalls an einer vergleichbaren mittelpatrone zu arbeiten die entwicklung des ak 47 automat kalaschnikows ist auf dem diesem anstoß zurückzuführen jedoch die grundsatzidee eine geschwächte gewehrpatrone für eine automatische handfeuerwaffe zu nutzen wurde in russland schon 1914 mit automat förderer realisiert doch es ist klar dass ein jeder guter konstrukteur sich erstmal das anschaut was es schon gibt wer vorher was eigenes draus macht so wie huger schmeißer sich die bereits vorhandenen waffen angesehen hat und den verschlussprinzip des swt 38 übernahm als er den mkb 42 entwickelte so hatte auch der kalaschnikow auf der gleichen weise gehandelt jedoch funktionieren beide waffen unterschiedlich von daher kann von keiner reinen kopie die rede sein manche elemente wurden aber zweifelsfrei abgeschaut kalaschnikow selbst sagte er habe sich von amerikanischen thompson und der mainz gerend der deutschen stg 44 und den sowjetischen automatischen gewehren alles angeschaut und überall das beste verwendet und die konstruktion möglichst einfach und für die größtmögliche zuverlässigkeit ausgelegt eine weitere entwicklung des stg 44 stellte das gerät 06 da für dessen herstellung wurde nur noch die hälfte der arbeitszeit notwendig nach der herstellung von vier stück wurde die bezeichnung in gerät 06 h geändert danach wurde die montage von 30 stück mit dem namen stg 45 m begonnen aber nur ein paar fertiggestellt das damals neuartige verschlusssystem wurde im g3 gewehr weiterverwendet ein direkter nachkomme des stg 45 ist nach dem ende des zweiten weltkrieges das gewehr setme c gewesen dass im jahre 1953 in spanien entwickelt wurde wo ein teil des konstruktionsteams von hoher schmeißer hingegangen ist dort sind sie in der fabrik setme eingestellt worden die entwicklungen die für das stg 45 gemacht wurden sind in dieses gewehr eingeflossen das stg 44 nimmt bis heute an den kampfhandlungen teil nach dem ende des zweiten weltkrieges sind große waffenbestände der deutschen in der tschechoslowakei eingelagert gewesen dort wurde entschieden diese waffen nach libyen und syrien zu verkaufen außer deutschen panzerkampfwagen drei und vier und den mauser 98k waren auch viele stg 44 dabei weitere interessante fakten in den usa betragen die schätzpreise für ein stg 44 bei auktionen 20 bis 30.000 us-dollar in den star wars filmen werden einige deutsche feuerwaffen aus den weltkriegen als blaster waffen verwendet sowie das a 280 c blaster rifle ein optisch verändertes sturmgewehr 44 ist im oktober 1945 wurde hugo schmeißer zur arbeit in einer technischen kommission in der roten armee zwangsverpflichtet jedoch waren die sowjetischen leiter unzufrieden mit schmeißers mitarbeit im arbeitszeugnis von hugo schmeißer steht dass er sich ständig beschwerte wegen dem zu geringen lohnt und arbeitete kaum bei der entwicklung mit liebe freunde wenn sie an weiteren videos zu diesem thema hier die geschichte der entwicklung von verschiedenen schusswaffen interessiert sind dann bitte ich sie herzlich dieses video zu teilen überall unter bekannten und in den sozialen netzwerken mit whatsapp weiterleiten und diesem video hier ein daumen hoch nicht vergessen zu setzen und ein kommentar zu verpassen bitte seid so gnädig es wird auch garantiert nicht wehtun ich habe es auch selber schon mal gemacht vielen dank für die aufmerksamkeit ab einer bestimmten anzahl von likes in diesem fall 300 wird es eine weitere geschichte geben zu einem weiteren zu einer weiteren schusswaffe vielen dank für die aufmerksamkeit bis zum nächsten video macht es gut